servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben mal wieder eine neue woche das heißt es ist zeit für weekly reset also dem format wo wir uns angucken was ihr in der aktuellen woche von world of warcraft tun könnt und in dieser woche haben wir wieder ein paar ganz nette sachen dabei beispielsweise ein neues promo event mit dem half stone geburtstag falls es bislang immer noch nicht mitbekommen habt es gibt diese woche wieder eine weekly wodurch ihr ziemlich gut twinks leveln könnt und so weiter und so fort all das schauen wir uns natürlich wieder im video an kurz zuvor folgt aber noch eine botschaft von meinem partner holy energy ist die alternative zu herkömmlichen energy drinks ohne zucker ohne künstlichen bullshit in zahlreichen leckeren geschmacks sorten ist holy energy die perfekte alternative für euch wenn ihr energie braucht aber auf zucker kalorien ein koffein crash und so weiter und sofort verzichten wollt zubereitung ist ganz einfach wasser in den shaker gerne ein paar eiswürfel dazu pulver drauf einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer energy drink für unterwegs wenn ihr aber sagt ich möchte nicht zu viel koffein zu mir nehmen dann hat holy auch eistee im sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren geschmacks sorten und das beste sowohl das energy drink als auch den eistee gibt es in probierpäckchen also checkt die links in der video beschreibung und meine codes da könnt ihr noch mal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel spaß mit holy so und damit starten wir auch rein wir werfen wieder mal als erstes einen blick auf den kalender und da sehen wir zehntes jubiläum von hearthstone ist am start wer das ganze bisher noch nicht mitbekommen habt haltet euch ran das event läuft nur noch bis montag 10 uhr und alles in allem haben wir schon geklärt was ihr dafür machen müsst also ich habe schon ein paar videos hochgeladen da findet ihr eigentlich alles letzten endes lockt euch in hearthstone ein und ihr kriegt ein mount und ansonsten spawnt jetzt einmal pro stunde ein portal in waldracken hier an dem punkt in ograma bzw in durothar vor den toren ogramas hier ungefähr an der stelle wo ich jetzt die maus habe und eins in sturmwind und da kann dann immer das ist hier an der stelle bei diesem blauen gebäude davor und da können dann seltene items droppen ruhestein mount dieses hier kompass rose etc pp ein pad und ein paar transmog geschichten können da dabei sein dementsprechend ihr könnt den boss oder die boss mobs oder die mobs whatever so oft umhauen pro tag wie ihr möchtet aber ab mondag ist dann halt schluss deswegen wenn ihr die belohnung wollt solltet ihr euch ran halten ansonsten sehen wir noch am sonntag ist der ungoro wahnsinn am start läuft bis zum dienstag 23 uhr 59 die dinosaurier in ungoro werden unruhig zeit ihnen einen besuch abzustarten ich glaube ich hatte mir das irgendwann schon mal angeguckt aber ich habe ehrlich gesagt keinen plan mehr was diese dinger machen und letzten endes ist es ein mikro feiertag heißt ihr bekommt da keine nachhaltige belohnung wie ein mount oder so ist also letzten endes ziemlich irrelevant nächste woche begründet der große style check aber das ist dann wieder ein thema für nächste id ne dem widmen wir uns jetzt nicht aber könnt ihr euch schon mal mental darauf vorbereiten beziehungsweise es in euren kalender eintragen dann was wir diesmal wieder nicht mitnehmen sind halt all diese weekly dinger die im smart grünen traum machen können world boss weekly quest für funken und so weiter und so fort ne also wisst ihr bescheid dann die aktuelle weekly hier bei kasra ein wilder weg durch die zeit schließt fünf zeitwanderungs dungeons ab wir haben dieses mal warlords of draenor ruft zuwachs bei fraktionen von wod durch kampf und quests um 50 prozent erhöht heißt gleichzeitig ihr könnt wieder in ashran steht diesmal der händler könnt ihr hier oben für die horde und irgendwo hier unten ein sturm schild könnt ihr ruftoken kaufen wieder für zeitverzerrte abzeichnen da könnt ihr dann euren ruf hoch ballern wenn euch denn noch irgendwo was fehlt dementsprechend ran an den speck dafür gibt es nicht 50 prozent mehr ep aber wenn ihr beispielsweise questet oder so und ansonsten gibt es halt für die quest hier normalen loot aus aberus das könnt ihr theoretisch bis zu 4 auf 476 glaube ich upgraden den loot nee habe ich aber es gesagt ich meinte amir drassil wenn wir schauen auf normal diese trinkets gehen sogar hoch bis auf 483 also das ist schon ziemlich ziemlich gut wenn denn eins drin sein sollte von daher nutzt es ran an den speck und viel erfolg dabei und das ist das was ich eingangs erwähnt hatte ihr könnt ab stufe 40 ist es glaube ich steht auch im kalender drin ja ab stufe 40 zeitwanderungs dungeons anmelden über den dungeon browser und das ist halt immer noch eine super schnelle methode um zu leveln also mit einem dungeon könnt ihr auch auf stufe 65 knappen level machen dauert manchmal keine zehn minuten so ein dungeon also von daher das ist wirklich sehr sehr nice um schnell level zu machen wenn ihr keinen bock habt zu questen ansonsten das waren die sachen aus dem kalender die wir jetzt haben schauen wir mal auf ein paar andere events pvp rauferei ist tiefenwindschuss in der tiefenwindschlucht ist ganz witzig aber wenn ihr kein pvp mögt wird euch das auch nicht hin am ofen hervorlocken mythisch plus haben wir diese woche nicht die allerschwerste woche mit den affixen tyrannisch vulkanisch und blutig verleitet natürlich dazu trash mobs auf bosse drauf zu ziehen passt da nur einfach auf dass ihr dann immer in bewegung seid als tank denn wenn ein boss mit tyrannisch in der blutpfütze steht kann es auch mal sein da reichen zwei sekunden aus dass er sich auf ein paar zwanziger key um 11 12 13 millionen heilt das ist sehr sehr bitter das wollt ihr nicht haben deswegen ja die schwierigste aufgabe haben eigentlich tanks diese woche für dds und so weiter einfach umballern don't stand and shit und vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen mit welchem timing ihr mobs umpölt nicht dass sie sich gegenseitig heilen klassen mit knockbacks können dann natürlich auch eingreifen hunter fallen droiden evoker und was weiß ich was es da nicht noch alles gibt also ja da habt ihr die möglichkeit relativ viel anzustellen mit und ansonsten wären das so die wichtigsten sachen jetzt erst mal gewesen wir werfen natürlich noch mal einen blick in die alten gebiete rein und sehen da in zanderlar woldun dünenschlinger kraulok ist nicht aktiv das dürfte aber auch nur noch ein zwei wochen dauern dann gibt es wieder alpaka mount molly und in den verheerten inseln dalaran die archäologie quest hilfe für die archäologische akademie das ist die quest die wir vergangene woche auch schon hatten das ist das ding wo ihr was ich letzte woche im thumbnail hatte diese kugel bekommt wo ihr zu einer spektral gestalt werdet ist leider nur auf den verheerten inseln nutzbar kein spielzeug dementsprechend nicht ganz so nützlich das teil aber ich wollte es noch mal erwähnt haben für den falle eines falles dass ihr es haben wollt komplett ist seid oder was auch immer dann ran an den speck gönnt es euch ansonsten da jetzt nichts wirklich relevantes zu holen und damit sind wir eigentlich auch schon weitestgehend durch spannender wird es diese woche nicht nächste woche kommt wieder ein bisschen mehr noch mal mit dem großen style check irgendwann müsste auch patch 10.2.6 kommen aber diese woche ist dann halt eher weiß nicht farmt das hearth zone event ab und viel mehr wird gerade nicht passieren damit danke ich euch relativ herzlich was heißt relativ recht herzlich fürs zusehen wenn euch meine videos gefallen ihr nichts verpassen wollt dann sehr gerne den karl kanal abonnieren und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und rein gehauen